In diesem Video erkläre ich dir, wie du bei einer jährlich arithmetisch fortschreitenden Rente die Rente bzw. die Rate berechnest, wo du den Rentenendwert gegeben hast. Moin Moin zusammen, wir haben wieder was Geiles heute vor. Wir wollen bei einer jährlich arithmetisch fortschreitenden Rente mit dem Rentenendwert, den wir halt gegeben haben, den Wert am Ende der Laufzeit, wollen wir den Schlingel, die Rente bzw. die Rate ganz geil berechnen. Was Renten sind, was eine arithmetisch fortschreitende Rente ist oder was das Ganze mit diesem Nachschüssig auf sich hat, habe ich jeweils Videos auf meinem Kanal, zieh dir das rein, ist unten in der Beschreibung. Also dippen wir gleich mal rein in die Sache. Ich habe hier eine kleine Übungsaufgabe für dich. Den Text dazu, den knalle ich jetzt mal rein. Und nun legen wir auch direkt los. Ich habe eben die Rentenendwertformel bei einer arithmetisch fortschreitenden Rente schon umgebaut. So sieht die umgebaut aus, so kannst du sie dir merken, aufs Formelblatt schreiben oder auf deiner rechten Popacke tätowieren lassen. Und nun setzen wir einfach charmant ein. R bedeutet eben die Rente bzw. die Rate, die sind immer wieder der Kern im Cashflow, der in dem Fall hier nachschüssig am Ende des Jahres oder bei unterjährig am Ende des Monats, am Ende des Tages, kommt auf an, was du hast. Unterjährig, was da auch der Unterschied zu beachten ist, die zwei Parameter, die du dann hier anpassen musst, aber sonst ist alles identisch, habe ich auch ein Video dazu, auch unten in der Beschreibung reinziehen. Wird geil. Dann haben wir Rn. Und Rn ist der Rentenendwert, der Wert am Ende der Zeit. Hier habe ich Rn hingeschrieben, 10.000 Euro. Theoretisch hätte ich R15 hinschreiben müssen, weil n ist ja 15 in dem Beispiel. Aber nur für dich zur Übersicht habe ich trotzdem mal Rn gelassen. Das bedeutet, ich schreibe hier meine 10.000 Euro hin, weil das möchte ich am Ende der Laufzeit zum Beispiel haben. Mal I. Und I ist mein Zinssatz. Aber wichtig, weil wir jährlich sind, per Anno der Zinssatz und das Ganze auch als Dezimalzahl reingeschrieben, also 0,045 plus D. Und D, darum sind wir hier, wegen dem Schlingel, den wollen wir heute klären, der ist dieses Arithmetisch. Und Arithmetisch ist konstanter Anstieg in Euro. Andi, was bedeutet das auf Deutsch? Es geht einfach darum, dass du jedes Jahr eine Rente einzahlst, die du noch nicht kennst, mit der startest du. Und diese Rente wird jedes Jahr um 30 Euro erhöht. Nehmen wir jetzt mal an, da kommt raus 300 Euro, dann sind es im ersten Jahr 300, im zweiten Jahr sind es 330, im dritten Jahr 360. Darum geht es. Und das ist hier dieser D-Schlingel. Und dieser D-Schlingel, den ballere ich jetzt halt hier rein. Und das ist mit 30 angegeben. Ich bin bereit, meine Rente, meine Rate jedes Jahr um 30 Euro zu erhöhen. Um einen festen Betrag, um eine Konstante. Mal N. Und N, habe ich schon gesagt, sind die 15 Jahre, weil wir 15 Jahre lang eben diese Rente an uns haften haben. Q hoch N, unten im Bruch. Q wird als Zinsfaktor bezeichnet. Und dieser Zinsfaktor errechnet sich mit 1 plus I. Und man merkt schon, ich hätte auch hier einfach hinschreiben können, 1 plus I hoch N. Und das in Klammern natürlich. Gibt es auch die Schreibweise, aber ich habe das jetzt zusammengepackt, weil die in den Büchern sehr geläufig ist. Deswegen habe ich auch die hier jetzt gerade verwendet. Also, Zinsfaktor, nur eine Art kleine Zusammenfassung. Schreibweise, damit ich nicht immer 1 plus I schreibe, sondern einfach jetzt in dem Fall hier Q. Spar Zeit, Geld und Nerven. Also muss ich mir Q kurz nochmal ausrechnen. Q ist ja 1 plus I. Und mein Zinssatz ist 0,045 in Dezimalzahl. Heißt, mein Zinsfaktor ist 1,045. Und den kann ich halt jetzt die ganze Zeit verwenden, statt immer das hinzuschreiben, wenn da Q steht. 1,045. Das Ganze wieder hoch N. Wir sind hier bei Jahre, haben wir schon geklärt. 15 und das minus 1. Sehr schön. Dann ist es der erste Bruch geklärt. Und dann kommt noch minus D wieder. Yeah. Unser konstanter Cashflow. In dem Fall 30 Euro. Und das Ganze nochmal durch meinen Zinssatz. Mit Dezimalzahlen. 0,045. Und wenn ich das sauber in meinen Taschenrechner eingebe, komme ich auf eine Rente von 295,61 Euro. Das wäre in dem Beispiel jetzt die erste Rente, die erste Rate, die ich zum Beispiel auf meinem Bankkonto einzahle, damit, wenn ich diese Rate oder Rente jedes Jahr um 30 Euro fester höre, das Ganze zu 4,5% Zinsen per Anno eben verzinst wird und ich das 15 Jahre lang mache. Wenn ich diesen Betrag einzahle und damit anfange, komme ich zum Schluss eben auf meinen Endwert um 10.000 Euro. Und das weiß ich jetzt. Ich habe hier noch für dich diese kleine Pobacke, diese Übung. Die habe ich für dich hier rausgesucht. RN, du möchtest bei 9.000 Euro rauskommen, hast 3% Zinsen, du erhöhst jährlich um 100 Euro und das Ganze geht für 10 Jahre. Da kommst du dann, probier es aus, Üben macht hübsch, Halt kurz das Video an, Lösung kommt jetzt. 359,42 Euro. Das wäre die erste Rate, wenn du diese Mission hier verfolgst. Kurz und knackig. Andi, was war das jetzt nochmal? Also arithmetisch, konstanter Anstieg meiner Rente. Jedes Jahr oder monatlich, kommt darauf an, mit dem Unterjährigkast, um einen festen Betrag wird es erhöht. Ich möchte hier gerade die Rente, also den ersten Cashflow, den ich konstant einzahle und der dann immer eben wieder erhöht wird. Meine Rentenbasis sozusagen. Und was mache ich also? Ich rechne mir erstmal kurz Q aus, setze dann alles sauber in meine Formel ein, rechne aus und habe Spaß. Falls du das jetzt verstanden hast, würde mich riesig über den Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!